Willkommen zurück im Hohen Norden. Wir haben letztes Mal diesen Tempel der Selkav, ich meine Schauahagin, heißen sie glaube ich, betreten. Ja, Selkav waren aus Kothor. Und sind dabei, sich... Wir sind dabei, uns durch die Anhänger von Iskarsaracht zu metzeln und das war eine Falle. Wunderschön. Die funktioniert zum Glück nicht. Zum Glück ist Sandal durch Handlungsfreiheit, glaube ich, immun gegen Betäubung. Ja, ich glaube, das funktioniert so. Das ist relativ cool, Handlungsfreiheit zu haben. Das hilft wirklich bei vielen, vielen, vielen Sachen. Das ist so ein Eiswächter, wie er wahrscheinlich auch vor dem Eingang rumstand. Und der wird mich dann angreifen, sobald ich eine gewisse Schwelle überschritten habe und mich zu weit vorgewagt habe. Dann schauen wir erstmal seitlich. Vielleicht kann ich ja noch ein paar fallen. Oh ja, ihr seid... Ich weiß gar nicht, was ihr seid. Wodianoi. Ich habe keine Ahnung, was ihr seid. Ihr seht aus wie so eine Mischung aus Ankek. Und, ähm, Shauah, Shauah gehen. Ja, schieß mal auf den. Ich denke, das kriegst du alleine hin, oder? Ich sollte aber trotzdem vielleicht noch ein bisschen Hilfe schicken. Komm, mach den Tod. Ja, der Priester, der kommt schon hier reingelaufen. Das gefällt mir doch. Warum ruckelt das Spiel? Das sind so diese Dinge. Diese Fragen, die man gar nicht erst stellen sollte wahrscheinlich. Die Enhanced Edition ist ja schon ganz toll. Aber so manche Sachen kriegt man einfach nicht gefixt. Da kann man, glaube ich, machen, was man will. Manchmal ruckelt das auch selbst auf den besten und neuesten Rechner, den es gibt. Und das ist meiner nicht. Ja, nicht, dass er mich falsch versteht. Und denkt, mein PC wäre irgendwie toll oder so. Aber er ist auf jeden Fall toll für die Standards von 2001, oder wann auch immer das Spiel hier rausgekommen ist. Für die Zeit ist er ein wahrer Wunderrechner. So, was habe ich jetzt hier? Das sieht aus wie so kleine Vogelkäfige. Es ist aber ein Gerät, das zähflüssiges Öl verarbeitet. Na gut. Da sind irgendwelche Bolzen drin. Die lasse ich da einfach mal liegen. Ja, weil Bolzen benutzt niemand von meinen Leuten. Ich benutze entweder Pfeile oder Schleuderkugeln. Aber Armbrüste benutze ich gar nicht. Habe ich keine Waffenpunkte drin. Habe ich, glaube ich, auch keine aufgehoben. Die habe ich, wenn dann, alle verkauft. Und vielleicht noch manisch gelacht. Okay, guck hier mal nach Fallen. Hier könnten ja überall welche liegen. Und dann... Oh! Mit so viel Erfolg hatte ich dann aber doch nicht gerechnet. Ich wollte euch schon gerade hier durchschicken. Mal sehen, ob ich das entschneien. Mal sehen, ob ich das entschärfen darf. Oder ob er dann aggressiv wird. Okay, wird er nicht. Wirst du aggressiv? Ja, ich glaube, du würdest aggressiv werden. Oh, was haben wir da hinten? Das kann ich angreifen. Interessant, interessant. So, dann will ich noch einmal wissen, ob hier unten eine Falle liegt. Und da wird natürlich eine sein. Ja, gibt's den Kerlen. Gibt's den Dreckssäcken. Es läuft gut. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Gruppe. Wirklich, wirklich, wirklich. Nein. Ihr müsst warten. Tut mir ja leid. Aber da liegt bestimmt eine Falle in der Tür. Und da will ich euch auf keinen Fall dann reinschicken. Wer weiß, was da Schlimmes passiert. Vielleicht mal irgendwas, was tatsächlich wehtut. Na, das wäre ja mal was Neues. So. Aber sowas sollte man eigentlich gar nicht sagen. Weil da bekommt man dann meistens die Quittung dafür, wenn man so überheblich ist. Ja. Okay. Ein weiterer, größtenteils leerer Raum. Ich hab das Gefühl, der Drache, oder die Drachin, sagt man das so? Der Drache. Ich glaub, ich sag der Drache. Ich glaub, der Drache, der will uns hinhalten. Der Drache hat seinen super Plan. Ich hab hier ganz viele Leute gesammelt. Und ganz viele Fallen gelegt. Und ganz viele kleine Räume designt. Ich will, dass die Helden sich hier verlaufen. Oh, du Scheiße. Entschärf mal die beiden Sachen hier. Und dann könnt ihr eure Arbeit aufnehmen. Ja. Für sowas sind KI-Sculpte dann doch ganz faktisch. Auch wenn sie nicht immer den perfekten Ausgang produzieren, sind sie doch ganz brauchbar. Dafür, dass ich halt jetzt nicht direkt klicken muss. Bei so kleinen Kram. Und du hast keine Pfeile mehr. Oder auch nicht. Was auch immer. Du hast Pfeile, aber du hast dich dagegen entschieden, sie zu benutzen. Warum auch immer. Wurfbeil bitte. Und dann greift er wahrscheinlich automatisch an, oder? Ja, tut er. Sehr schön. Sandal schießt auch weiter drauf. Gut. Dann müssen wir uns jetzt, glaube ich, den Wächtern stellen. Die waren ja relativ schwierig. Also die waren, die haben, ich glaube, die haben alles zu halb tot gehauen. Im letzten Kampf draußen vor der Tür. Also die sind nicht ganz so leicht zu besiegen. Ich denke, ich fange einfach an mit einem Pfeil auf den ersten hier. Dass der ein bisschen in meine Richtung kommt. Okay, okay. Mehrere sind feindlich geworden auf einmal. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wir müssen uns, glaube ich, hier ein bisschen zurückziehen. Ich habe Respekt. Also ein bisschen Respekt habe ich vor den Viechern. Ja. Davor, dass die mich eventuell umbringen können. Racket. Du kannst ja deine Koordinator-Verteidigung benutzen. Es steigert die Rüstungsklasse alle meiner Leute. Für eine ganz kurze Zeit. Ich glaube, für vier Runden oder so. So, dann wollen wir ein bisschen Magie benutzen. Warum hauen wir nicht da eine Schädelfalle hin? Und vielleicht sogar noch eine. Ach nein. Nein, 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 nein. So war das nicht gedacht. Was tut ihr? Warum lauft ihr so komisch? Bleibt stehen. Bleibt stehen. Was möchtest du? Bracket, du kannst Alastor dann doch vielleicht den Regenerationszauber nochmal draufknallen. Ich habe das Gefühl, der braucht den am ehesten. Und da kommen echt viel zu viele Leute. Ich hätte vielleicht doch hier rausgucken sollen, um die umzubringen. Schieß einfach nach da. Komm, das kannst du von hier. Ja. Was machst du da? Was machst du da? Okay, ich nehme alles Gute, was ich über KI-Skripte gesagt habe, nämlich zurück. Was hat er da gemacht? Was sollte das? Zauber das mal auf den. Ja. Ich bin gespannt, wie das da hinten aussieht. Wenn es fertig ist. Das ist ja dieser Flammenzauber, der überspringt zu weiteren Gegnern. Der könnte ja sexy sein in so einer Situation. Andererseits scheint er ziemlich isoliert gestanden zu haben und deswegen war das nicht besonders sexy. Ich mache jetzt mal die KI aus. Weil hier stört sie tatsächlich ein bisschen. Und dann werden wir euch mal alle nehmen und in die Ecke hier stellen. Das ist so meine Idee. Dann wähme ich meine Nahkämpfe und werde euch auf die Eiscolem-Wache hier fokussieren. Und Sandal kann ja auch auf den Eiscolem schießen. Dann nehme ich mir Mev, die ein Level-Up hatte. Und dann hauen wir nochmal ein Schädelfällchen da hinten hin. Das sollte schnell draußen sein. Und vernichtenden Schaden anrichten. Ja, das sah doch gut aus. Ich glaube, ich habe euch da hinten alle getroffen. Sehr, sehr schön. Sandal, ich glaube, der schießt auf dich. Oder? Ne, jetzt ist er weg, oder was? Irreführung Mev. Was zum Teufel bedeutet das? Hm. Ihr macht mal weiter. Bringt weiter Leute um. Den. Den. Brauchen wir einen wahren Blick von Allers Tor? Ich lasse es erst mal so. Ich bin mir nicht sicher, was diese Irreführung bewirkt hat. Aber die Gegner jetzt sollten ja eigentlich kein Problem mehr sein. Ich denke, wir haben den großen Widerstand gebrochen, dadurch, dass wir die drei Eis-Golems, oder was das waren, getötet haben. Hm. Ich habe immer noch diese ganzen Abidal-Sims, die ich nie benutze. Meine Güte. Und ich fange jetzt nicht damit an. Ja. Renn mal ein Stück weg. Hey. Weitermachen. KI an. Ja. KI an. Ist das Beste. Kannst du dein Schwert nehmen. Kannst auf dem rumhauen. Hier beide Hälfte. Ja. Und schau mal, was ich hier habe. Und dann kann die KI ihr wunderbare Arbeit verrichten. Ja, denn für die kleinen, für den kleinen Kram ist sie, ist sie genug. Los, nochmal. Ja, so ist gut. Schauen wir mal, was die haben fallen lassen. Mehr von diesen Bolzen, die ich nicht aufhebe. Und, äh. Oh, okay. Es geht weiter. Angriff. Keine Müdigkeit vorschützen. Ja. Was machst du da? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. KI wieder aus. Weiter. Das kannst du machen. Du wirst den ersten umbringen. Und dann danach Fallen suchen. Aus sicherer Entfernung. Ja. Das ist der Plan. Ich habe keine Lust, meine Leute an Fallen zu verlieren, ohne dass ich gespeichert habe vorher. Das wäre jetzt nämlich ärgerlich. So, wir wissen, eine liegt hier. Okay. Okay. Dann schieße ich halt von hier auf dich. Ist auch kein Problem. Und dann gehen wir einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Und machen das einfach nochmal. Wir haben auch wieder Level-Ups zu vermelden. Das ist sehr schön. Ich mag ja Level-Ups. Level-Ups sind ja, ich weiß nicht, 80 Prozent. Ne. Sagen wir mal die Hälfte. Die Hälfte von einem Rollenspiel sind fast die Level-Ups. Ist einfach die Charakterentwicklung. Zu wissen, man fängt als Schwächling an und wird immer und immer und immer und immer stärker. Und die Leute, die am Anfang einem noch eine Herausforderung geboten haben, sind am Ende schwach. Und man tötet sie im Vorbeigehen. Das ist so, das ist ein Riesenteil für mich von Rollenspielen. Dass man einfach besser wird. Man muss nicht mal als totaler Niemand anfangen. Ich meine zum Beispiel Baldur's Gate 2. Da fängt man ja schon auf relativ hohem Level an. Aber der, ich sag mal, der Hauptgegner des Spiels, der deklassiert Leute, die eh, die weit über deinem eigenen Level sind am Anfang. Und der deklassiert die einfach. Das ist nicht mal ein Wettbewerb mit dem. Der macht die einfach fertig. Als wären es Kobolde. Und irgendwann wird man stark genug, den Kerl zu töten. Das ist einfach eine tolle Geschichte, schon alleine deswegen. Und ich glaube, was ähnliches... Oh, was hast du fallen lassen? Das sieht besonders aus. Ah, das ist eine Rüstung, was Haifischhaut und ein Speer. Plus eins wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Ob ich den mitnehmen will? Keine Ahnung. Och, was ist denn das jetzt hier? Könnt ihr nicht? Kommt mit. Ja. Angriff. So, ihr macht den schön tot. Und dann werde ich meinen Fern... Nein. Pfui. Du musst nicht zurückhauen. Nein, nein. Lass das Sandal auf dem Fernkampf erledigen. Oder mit Fernkampf erledigen. Der kann das genauso gut. Und der rennt nicht in eventuelle Fallen, die ich hier noch nicht gefunden habe. Aber... Na komm. Gib mir ein Quick Save. Dankeschön. Ach, du meine Güte. Was bin ich doof. Ich hab's noch gesagt. Und dann renne ich rein. Ihr seid echt... Ihr seid Shawaggin. Okay. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ihr seht so komisch aus. Na gut. Helft mal meinem Freund hier. Und du gehst eine Falle entschärfen. Viel zu viele Fallen hier. Ach komm. Wieso bist du überhaupt mal am Leben? Ja. So soll das sein. So will ich das hören. Das muss... Ein Schlag muss das tun, wenn er jemanden enthauptet. Okay, okay, okay. Irgendwas mit einem Juwel und einem Podest. Ich laufe mal weiter weg. Okay, hallo, hallo. Ich hab das Gefühl, die KI ist auch besser als das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Weil die KI, die macht dann, glaube ich... Ja, die wechselt einfach das Ziel. Und dann wechselt er auch das Ziel. Warum auch immer. Als würden die miteinander kommunizieren, die beiden KIs. Die KIs von den... Von den Fischmenschen würden mit... Der KI von meinen Leuten kommunizieren und sagen... Ach, wir wollen uns treffen. Ja, okay, dann komm mal her. Oh, ein Prinz. Dann wollen wir doch mal schauen, was der Prinz so kann. Ne, bist du Prinz Charming? Oder bist du einfach nur so ein... So ein dahergelaufener Prinz. Der nichts kann. Ich denke, du bist einer, der nichts kann. Es sah stark danach aus. Was haben wir denn hier? Du hast eine Korallenpanzerrüstung und einen Umhang, der verdächtig aussieht wie ein Schutzumhang plus eins. So, oh, oh. Stopp, stopp, stopp. Das kannst du erledigen. So, dann kommt mal mit, meine Mann. Wir gehen links rum, habe ich mich entschieden. Ja, wir gucken uns von links rum das an. Was haben wir denn eigentlich hier? Eine Gravur, die mal magische Kräfte zu besessen haben, scheint. Schien? Wie auch immer. Und was haben wir noch? Wir haben eben noch was mit einem Juwel angeklickt hier, oder? Ach, da. Um dieses Podest liegen Stückchen eines zerschmetternden Juwels. Zerschmetternden Juwels. Harte Ds. Auch als Ts bekannt. So, dann schauen wir mal hier in dieses, was auch immer das ist. Und heben eine Harfe heraus. Oh yeah. Eine Harfe. Ach. Warum bist du noch nicht tot? Ach, jetzt wächst du an zu zaubern, oder was? Das kannst du mal vergessen. Was haben wir hier? Eine Keule. Das ist lustig, weil ich habe niemanden, der mit Hafen umgehen kann. Und ich habe auch niemanden, der mit Keulen umgehen kann. Außer Keul ist irgendein Euphemismus. Für ihr wisst schon was. Klingt gut. Klingt gut. Oh, da war ein Schlüssel. Ein einfacher Schlüssel. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich denke, den ganzen Rest lasse ich einfach liegen. Ein Morgenstern. Okay. Kein Platz mehr. Das heißt, wir müssen aufräumen. Und ich denke... Oh, das kommt weg. Bevor wir aufräumen, machen wir Level-Ups mit wenigstens Lina. Damit Lina noch ein bisschen höhere Sagenkunde bekommt. Die steigt nämlich um 3. Damit ist jetzt bei über 80. Und das kann ja eventuell von Vorteil sein. Ja, ich kann eine weitere Faust von Bigby lernen. Ich bin so langweilig, was meine Zauberwahl angeht irgendwie. Hm. Muss ich mal in den Griff bekommen irgendwann. So, was haben wir hier eigentlich? Die Rüstung aus Haifischhaut ist nicht besonders gut, wenn ich mir das so anschaue. Nee. Die ist Müll. Die mag vielleicht was wert sein, aber viel... Viel wert für mich ist sie nicht. So. Meine Plus-1-Pfeile gehen mir langsam aus. Oder habe ich welche im Beutelchen? Nee, ich habe keine mehr im Beutelchen. Ah. Also es gibt kaum genug Plus-1-Pfeile. Für den Endkampf noch, hm? So. Die Harfe. Oh, kannst du nicht. Das Zepter der Tyrannei. Das ist die Keule. Das Zepter der Tyrannei, geschaffen und verzaubert von einem der ersten Priester des Tyrannus, kämpfte in vielen Schlachten an vorderster Front. Sein erster Besitzer, Archendrus von Tyrannus, war ein verächtlicher, bösartiger Mann mit beinahe perfekten geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Er führte die Gruppen leicht zu beeindruckender, was? Er führte Gruppen leicht zu beeindruckender junger Kämpfer. Ja, wenn du geistig und körperlich fast perfekt bist, dann ist es einfach, Leute zu beeindrucken. Also, er führte Gruppen leicht zu beeindruckender junger Kämpfer, Spitzbuben und anderer Schläger an, die als Banden Tiefwasser durchstrichen. Sollte sich ihm jemand in den Weg, stellte sich ihm jemand in den Weg, bediente sich Archendrus, einfach der Macht des schwarz-roten Zepters, und hetzte seine Anhänger auf die fliehenden Mengen. Der charismatische Tyranit wurde schließlich in einer Schlacht von einem Priester von Thorm und seinen Paladin-Kameraden getötet. Ja, wenn irgendjemand immun gegen Furcht ist, dann sind das die Leute. Okay, plus eins auf Charisma. Das ist auch interessant. Kann beherrschen und kann Mantel der Furcht wirken. Ist aber eine Keule. Ich denke, du hast Keule doch gelernt. Ja, einen Punkt hast du da reingemacht. Und du hast im Moment die Faust des Finsterfrostes. Die hat ja uns Tianon, der blinde Schmied, hergestellt. Ja, an den erinnere ich mich irgendwie noch. Keine Ahnung warum. Aber du brauchst doch kein Charisma. Das wäre vielleicht ein Ausgleich. Aber warte mal. Achso, kann nicht von Magiern verwendet werden. Ich denke, ich werde es wegpacken. Ja. Und das ist ein Speer plus eins. Ja. Ist es nicht wert. Nein. Die seitenlose Harfe. Ja, auf der zu spielen stelle ich mir schwierig vor. Diese Harfe, Instrument einer selig gesprochenen Heiligen, der Kirche von Ilmater, gehörte einst Sefica von Ordullin. Sefica war eine Bardin, aber sie huldigte nicht dem Gott der Lieder Milil, komischer Name, sondern trug überall, wo Ilmateraner litten, ihre Balladen vor. Sie reiste mit einer Gruppe Ilmaterischer Pilger, als diese von Banditen überfallen wurde. Die Banditen töteten viele der Pilgerer oder verwundeten sich schwer und sie zerschnitten die Seiten von Seficas Harfe, als sie versuchte, die verwundeten Pilgerer zu beruhigen. Pilger. Als die Banditen fort waren, betete Sefica zu Ilmater um Hilfe in dieser schweren Zeit. Als sie mit zum Gebet geschlossenen Augen an den Seiten zupfte, ertönte auf wunderbare Weise Musik und heilte jeden, der sie hörte. Am nächsten Tag kamen die Banditen zurück und töteten Sefica dafür, dass sie die Pilger geheilt hatte. Doch die Pilger behielten das Wunder in lebendiger Erinnerung und ihre Gemeinschaft versuchte, sie zu Ilmaterischen Heiligen zu machen. Oh, kann einmal am Tag heilen. Äh, weg damit. Äh, weg damit. So, was haben wir noch? Ich habe das da aufgehoben. Und diesen ominösen Umhang. Der Einschutzumhang plus eins ist. Das ist überhaupt nicht ominös. Und das ist eine Korallenpanzerrüstung. Minus zwei auf Geschicklichkeit. Ja, da bin ich ja schon fertig mit dem Ding. Ich liebe Geschicklichkeit. Ich würde nie sowas anziehen. Außer ich habe unter 14 Geschicklichkeit, dann kann man es anziehen. Das ist egal. Aber egal. Okay, das war ein Level-Up für Sigur, wo er fast gar nichts bekommen hat. Aber er ist fast Level 30. Das ist doch immer schön. Ja, eine Stufe oder ein Level noch bis Level 30. Gehen wir beim Mev noch ein Level hoch und wir bekommen nicht mal einen neuen Zauber. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Ehrlich. Klingt gut. Ich hätte gerne einen neuen Zauber gelernt. Ich finde, man sollte immer einen neuen Zauber lernen dürfen. Gut, gut. Aber was beschwere ich mich? Ich habe mir eine Klasse ausgesucht. Der Drachen-Jünger. Hm. Keine Fallen? Seid ihr sicher? Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Wunsch. Und Zeitstopp. Oh mein Gott. Lina. Du bist... Du kriegst ein... Du kriegst ein Upgrade gleich. Ja. Ich muss nur noch mein Inventar aufräumen. Gehen wir den Schlüssel mal dem Chef. Können wir uns eigentlich auch noch angucken, den Schlüssel. Ich bin gespannt, ob... Okay. Nichts Bemerkenswertes an dem Schlüssel. Es ist bemerkenswert, wie wenig Bemerkenswert dieser Schlüssel ist. So. Mal schauen, ob das auch Ilmata-Gegenstände sind. Der Tempel von Loviata im Tal der weinenden Frauen, der die schwarzen Türme der Jungfrau genannt wird, das ist ein guter Titel für ein Tempel, da würde ich vielleicht auch mal reingehen, genoss schon immer die Freiheit von Kirchen guter Gesinnung, nach der sich so viele andere böse Tempel sehnen. Allerdings sind zum Schutz dieses großen Tempels vor Angreifern und Spionen sehr viele Soldaten nötig. Der Anführer der Tempelgarde ist als die Peitsche des Gehorsams bekannt. Das könnte ja fast ein Drow-Name sein. Ich bin die Peitsche des Gehorsams und die Mutter Oberin schickt mich, um dich zu disziplinieren. Ja? So gehen all die guten Drow-Filme los, die ich im Internet gesehen habe. Er war traditionell mit einer magischen Hellebarde und mit dem Namen Ikone der Macht, also die Hellebarde hieß Ikone der Macht, ausgerüstet. Wenn die Tempelgarden die Ikone an sich vorüber ihre Runden ziehen sahen, nahmen sie ihre Pflichten ein wenig ernster. Zum Unglück der Peitsche beschloss ein schlauer menschlicher Dieb aus El Turel, die Ikone als persönliche Herausforderung zu stehlen. Der Dieb, dessen Name noch immer unbekannt ist, konnte sein Vorhaben tatsächlich in die Tat umsetzen und verkaufte die Ikone an die Kirche von Tyrannos. Die Tyraniter behielten die Ikone aus Verachtung für die Inkompetenz der mittlerweile verstorbenen Peitsche. Und das ist eine Standard-Plus-3-Hellebarde, die ein bisschen Schmerzen anwenden kann. Okay, nicht schlecht. Ein Morgenstern, den geben wir Neve. Die kennt sich mit falschen Objekten aus. Und das ist Debian's... Hat er nicht irgendeine Linux-Distribution hergestellt? Debian's Zauberstab der Vernichtung. Zauberstäbe sind... Ne, Zauberstäbe der Vernichtung sind als Waffen sehr ungewöhnlich. Auch wenn sie gegen einige Feinde sehr nützlich sein können. Ja, die, die man vernichten will wahrscheinlich. Dieser Zauberstab war zuletzt im Besitz eines Priesters von Gond namens Debian von Urmlaspir. Debian war ein exzentrischer Abenteuer, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, jede Golem-Art, von der in den Königreichen berichtet worden war, zu erkunden. In vielen Fällen setzte der Schöpfer des Golems seine Kreaturen auf die Fährte Debians, weil er so herumschnüffelte. Debian entkam in der Regel ohne größeren persönlichen Schaden. Zu Debians Unglück verließ ihn sein guter Stern, als er die Höhle des Maschinenmannes erkundete. Eines bizarren Leichnams, der zufällig der Schöpfer von Golems und anderer animierter Konstrukte war. Das Labor des Maschinenmannes, das voller Eisengolems war, war zu viel für Debian. Oh. Okay, fügt Golems Extraschaden zu? Und sie können zerstört werden in 5% der Fällen. Hm, interessant, interessant. Hast du so eine spezielle Anti-Golem-Waffe dabei gehabt? Und das ist der Liebhaber. Ein Wurfdolch, der zum Werfer zurückkehrt. Na, warum heißt der wohl der Liebhaber? Fell Braunranken war ein berüchtigter halbelfischer Diem aus Tiefwasser. Nicht mal baden konnten all die Herzen und die anderen Kostbarkeiten aufzählen, die er schon gestohlen hatte. Der Dolch, den er bei sich trug, war mit einem Rubinherz verziert und wurde schnell zum Objekt der Begierde einer kleinrivalisierenden Gruppe in der großen Stadt. Fell wurde schließlich von einer Verführerin ermordet, die so schlau war, dass nicht einmal der Halbelf, der sonst so viel im Voraus wusste, ihre bösen Absichten ahnte. Diese Frau, Prespera von Orlumbor, verkaufte den Dolch für eine stattliche Summe und verschwand dann auf Nimmerwiedersehen. Aber es gibt Schlimmeres, als von einer Verführerin ermordet zu werden. Vielleicht nicht im Moment, aber wenn man so zurückdenkt, ja, ist das sicherlich der Weg zu gehen. Also ein Wurfdolch, der zurückkehrt. Das ist interessant. Und der kann nicht verwendet werden. Ja gut, klar von Klerikern. Das macht Sinn. Das wäre eine Waffe, die könnte man, ähm, ja, nimmt einem Magier geben. Als dauerhafte Fernkampfwaffe. Warum nicht? Warum nicht? Nimm diesen Dolch. Du kannst mit Dolch genauso gut umgehen, wahrscheinlich mit der Schleuder. Wenn nicht sogar besser sogar noch. Ja, also macht Sinn. Identifiziere mir bitte den Morgenstern. Das ist verseuchte Morgenröte. Verseuchte Morgenröte ist eine scheußlich aussehende Waffe voller Rost und Schmutz, die von einem Priester von Talona namens Tamperlin hergestellt wurde. Der Morgenstern besteht aus einem mit menschlichem Haar umwickelten Griff aus kräftiger Eiche und einem rostigen Eisenkopf, in dem Zähne von tollwütigen Bären stecken. Verseuchte Morgenröte wird in der Regel nur von Taloniten verwendet, da ihr Anblick normalen Personen im Allgemeinen zu grausig ist. Ja, der macht krank. Das passt sehr gut. Den tun wir sofort weg. Sofort. Warte mal, haben wir noch mehr aufgehoben? Ich denke, jetzt sind nur noch die Zaubersprüche da, richtig? Ja, dann mach mal. Eins, zwei, drei. Und alle meinen. Du suchst nach Fallen, ich mach'n Quicksave. Na gut. Und dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Hm. Hat sich die Framerate stabilisiert? Meine kleine Anzeige sagt ja erst mal. Also, hm. Ich hab' schon gedacht, ich muss... Ja, ich glaub', ich muss kurz aus dem Spiel raus und wieder rein. Ähm. Erstmal müssen wir hier das... Oh. Ja. Ja, entschärfen. Und dann hier angreifen, oder was? Ha! Ha! Sanderl entgeht der Wirkung von Snellocks Schneeballschwam. Ihr habt die Konservierungskammer zerstört, sodass das Drachenjunge nun sterben kann. Welches Drachenjunge? Ich... Ich kann der Story nicht mehr folgen. Ha! 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 Okay, da geht's zu Ikazarachts Kammer und hier geht's zurück zur zweiten... Welches Drachenjunge? Einverstanden! Ich will einen Drachenjunge töten. Auf geht's! Ha! 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 Ich hab' Erfahrungspunkte bekommen, ein bisschen dafür. Hm. Vielleicht spielt das später noch eine Rolle. Aber ich hab' immer noch das leichte Gefühl, dass das Spiel ein bisschen ruckelt. Ähm... Ja, deswegen werde ich hier wahrscheinlich jetzt ein Savegame setzen. Ja. Und gucken, ob ich das in Ordnung kriege. Ah, hier oben geht's in der Ecke, aber hier unten fängt's an zu ruckeln. Und dann seh' ich euch nächstes Mal wieder, wenn wir dann in... Wie heißt sie? Ikazarachts Kammer eindringen.